krass geil oder aber du hast du hast diesen vorsprung gesehen den ich meinte oder ja ja von davon da habe ich ja nur die eine soll da runtergeschubst also du hast ja schon um okay gut also das habe ich nicht gesehen gehabt da war ich noch beschäftigt mit meinem schwert und meiner kleinen fiole hier und meine elbe umrach guck mal ich bin bursche ich habe das war wirklich dieser punkt wo jetzt mary und papieren von dem mit verschleppt wurde weil die wohnen ja alle überrannt genau als worum hier nämlich dann gegen die u ks gekämpft hatte und die elmen ja wäre die die hobbits überrannt und dann halt einfach mit verschleppt besser gesagt klonen das erlebt das war ja nur den blauen bitte einsammeln den blauen das ist aber du hast auf alle fälle schon ein bisschen mehr gesammelt an münzen allein durch das treffen des pfeils kriegst du ja auch schon mit münzen so genau genau was ist denn das darstellen ach so der kreo oder uns ein scheiß das ist das da das bessere boben schon gern aber braun ja dann aber braun ja hat er dann weggeschmissen gehabt und auch braun stehen wir nicht so aber ja die stadt vor alles töten hier hoch wie billig das war mit der statue so umgefallen okay jetzt muss ja das ding herunter war am teuer war kannst du dir auf die schwerter gehen es geht nicht mann du kannst auch mit b drücken gedrückt lassen ja was auch du gehst auf die schwerte ja und da kannst du erst einmal mit dem angriff auf wechselte automatisch auf diesen verkackten bohren ganz oft ja das war auch die säule runter und im gemeldet also wenn der wenn der mit seiner axt wirft mit seiner axt darum hat dann geht's los soweit er ist auch hier der haut drauf ob die katze die kaputt machen ich habe so müssen wir dann lang hier ich glaube gar nicht mehr ich glaube jetzt komme ich dran ja ja du bist du bist du bist ja ich bin jetzt hier oben und nun glaube ich hier oben lang so jetzt hier unten runterspringen oder was rodo kann mit seiner viola ich bin jetzt einfach davor ausgegangen ich glaube jetzt da hoch leuchtende stellen ja ich habe das jetzt einfach mal angemacht diese komische viola aber weil bei bei bo mir ist nämlich da hochgelaufen so kann ich auch okay so okay jetzt haben wir hier die klinge von von dem kleinen dicken hobbit das müssen wir frodo finden frodo frodo wo bist du weil ich am weitläufer bin aber irgendwo jetzt mache ich hier den hund oder was frodo wo ist der ring er hat sich warum jetzt bemächtigt würdest du ihn vernichten ich wäre bis zum ende mit aber ich dachte die klingel die leuchtet nur bei orks uhr kreis doch keine orks und natürlich sind auch uhr kreis sind auch remutierte orks ja die sind stärker härter größer okay warte mal dann gehe ich mal auch eben auch ich bin voll auf los gespannt alter ich habe eine statu hat die speicher statu legolas beste aller guck mal wie geil ich bin ich hab voll die fetten moves man ja dann sag mir mal wie ich den hier platt kriege welchen vitriol das muss ich aber ich kann den typen da oben platt kommt man das auch noch eine truhe da auf meiner auf der rechten seite da drüben ja so darum du kümmerst dich um die auch immer da brauchen wir geben die müssen du müssen einfach nehmen und ja ich glaube schon wir brauchen auf jeden fall noch jemanden der eine pflanze bauen kann haben wir aber niemanden ja aber hier wurde nämlich eine pflanze entstehen da könnte man da hoch kraxen rein theoretisch alter du riechst wie ein alter abfall das wäre was auch du gefressen hast bier ach wohin denn ich nutze ihn schweineuhr hat das sofort wieder gehört ja lords das müsste doch lords sein oder der ist jetzt mit dem zusammen ach deswegen ok warte mal welcher bin ich jetzt also ok der eine wurde schon verschleppt du musst darunter du musst dadurch krabbeln man da unten was machst du denn so erst mal ich wollte mir erst mal das schlacht area angucken schlacht area ist du musst darunter ja mache ich gleich so komischen pflänzchen jetzt bräuchten wir unten ein acht auf dem buch schützen das halte ich nicht trifft dass der brief dass der brief welcher brief da der entwurf auch auf dem kleinen da gehen wir nein müssen das kaputt machen also wie schon gesagt ja auch ein klein und dann folgen mir folgen mir durch das ding geht nie da kannst du nur durch durchkrabbeln verstehst du ja ja deswegen solltest du auf den anderen klein gehen so entwurf haben wir so jetzt kommt der nächste jetzt zerren wir ihn nieder ja 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 wir müssen wir da wieder runter oder kann jetzt wieder laufen sondern es wird jetzt noch mal darum ich werde jetzt keine einen langer hoch springen ja hier ist dann so eine sprung schanze kann sich die stadion kaputt machen jetzt kommt da runter die stadion wir kaputt machen können glaubst du ja weil da war nämlich dieses ding drin beste das ist doch hotshots oder zwei gewesen der hätte jetzt ein huhn nehmen müssen genauso wo die nämlich verschleppt das das ein witz mit dem mit dem huh jetzt die banane raus jungen okay ich bin aragon du bist der hat jetzt hier volles leben so er hat sein schön drunter geschlagen immer auf das horn mich würde jetzt echt mal interessieren wie das läuft mit diesem komischen horn wenn du jetzt das horn reinknallt mit b drücken ich glaube du kannst dann wirklich ach scheiße alter ich bin dann auch gestand schenkst du was der typ ist immun geh mal weg von dem ich lauf hier mit einer banane in der brust alter bei der back gerade nur nachdem er jetzt auch scheiße jetzt hat sich ja fest gefressen oder was Geht nichts, dann können wir hier irgendwo Ausstieg fortsetzen. Nur weil ich den Scheiß zu Scheiß geworden bin, ist da. Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, sondern weil ich gleich ein Zerotter gesprungen kam. Das mit x, wird nix, ach kack jetzt alter, müssen wir das jetzt nochmal machen? Amon Hen, hätten wir sie jetzt hier bekommen, Amon Hen, oder ist das hier die, kann ich nochmal aussteigen, so jetzt laufen wir weiter. Das ist doch kacke alter, das ist richtig kacke. Müssen wir jetzt nochmal zur Mittelerde zurück und dann nochmal neu oder wie? Weiß ich auch nicht. Uncool wärs, ey. Das heißt, wenn wir jetzt schon wahre Abenteurer hatten. Geh mal weiter weg von mir? Ich hab noch nicht, also ich spiel zum Beispiel gar nicht. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel Dings machen würdest, also ich mach jetzt mal aussteigen. So, kannst ja auch mal machen. Ob das dann geht, wenn du jetzt die Option reingehen würdest? Ne, kannst du nicht mehr zurück nach Mittelerde. Das wäre das einzige. Fortsetzen, Optionen, Extras, also wir haben jetzt hier echt keine Möglichkeit mehr. Alter, wie scheiße. Okay, also wir müssen den Typen entstehen lassen. Also das ist doch kackiges. Aber guck mal, Mittelerde ist anscheinend Englisch, ja. Middle Earth, wie es da unten links steht. Middle Earth. Oh ne, man. So weit von hinten, Alter. So voll schwul. Aber jetzt hat's natürlich easy peasy. Achso, ich glaub du bist jetzt Argon. Ach man, der Weg ist vorgegeben, wir müssen da nichts drücken. Argonat. So, jetzt können wir aber einiges skippen. Also wir skippen das ja dann einfach. So, werte Freunde. Au. Au. Au, au. Wir haben das Safe Point gehabt. Na, das ist doch. Das ist doch. Jetzt bin ich hellauf begeistert. So, ich geh jetzt auch gleich mal in diesen komischen Gang hier rein. Warte, 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 warte. Wir müssen beide gleichzeitig da rein, damit er mit einem beschäftigt ist und der andere... Die Statue kaputt gemacht? Genau. Jetzt geht hier die Aktion mit den Pfeilen wieder los, ey. So. 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 So hinterher. Okay. Ich versuche nur ein wenig. So. So. Ich habe ihn getroffen, Alter. Ich fahre der rechts. So. Scheiße. Aber schön, naja, das ist ja gar nicht so verkehrt. Ah, also mit so einem Besen in der Brust ist auch scheiße. Scheiße, du warst da drinnen, ne? Ja. Okay, das könnte ja jetzt natürlich für dich geendet haben. Okay. Oh, Gott. Was hört du denn nicht? So, ich bin da links. Ah, du läufst. Du bist gerade eben gekidnappt. So. Hier. Zaka, 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 zaka. Und da hätten wir... Da hätten wir's. Da hätten wir's. Okay. Ich glaube, dieses Statue kann man nicht kaputt machen. Die Wahrheit, äh... Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben ihn alle drei Herzen abgezogen. Jetzt kommt er runter. Jetzt müsste er gleich runterkommen. Also, jetzt, äh, gleich merken. Nicht den, äh, gleich tot zerren wollen, ja? Sondern ihn erstmal kommen lassen mit seinem scheiß Schild. Wir kämpfen ja eh zwei gegen einen. Ich glaube hier, warte mal. Hier. Ja. So. Da springen wir's. So. Ich bin Boromir. Du bist, äh, Aragorn. So. Jetzt springt er da runter. Und jetzt kann man... Jetzt zieht er das Schild da raus. Oder auch nicht. Jetzt hat das. So, jetzt, äh... Ich glaube, jetzt ruft er das dann auch mal wieder hin und wieder mal runter. Und während wir das... Und währenddessen, äh, müssen wir ihn dann halt immer... Kann ich mit dem Schild überhaupt blocken? Ne. Kann ich nicht. Das wäre dann... Er hätte sich natürlich angeboten. Okay, jetzt, äh, kommt er mit seinem Schild runter. Jetzt kann's näher. Eichkeit! Einfach mal platt machen. Da hat er Prügel fressen. Ich mit meiner... Mit meiner Banane in der Brust. Ich mach's nicht. Mach dich schon besser. Du brauchst Leben, Digga. Ich brauch kein Leben. Ich hab ja... Ich hab ja nur ein Herz. Also... Deswegen solltest du wahrscheinlich, äh, versuchen... Oh ja, da kommt er wieder. Oh, sein Schild ist kaputt gegangen. Super gemacht! Super! Und... Und so ne geile Aktion hier. Hahahaha! Smashdown! Du musst mich drücken! Ah. Hahahaha! 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 Sie haben den Kleinen! Bleib ruhig! Hahahaha! Hahahaha! Kann man immer machen, ne? Wohl mal! Ich weiß nicht, welche Kraft ich aufbringen kann, aber ich... Ich schwöre dir, weder wird die weiße Stadt fallen, noch wird unser Volk versagen. Unser Volk! Wohl! Oh! Wie wäre dir gefolgt, mein Bruder? Mein Hauptmann? Mein König? Hhhhhhh! Hhhhhhh! Von wem? Hm? Hahahaha! 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 Der erste Tote! Der erste wahrhafte Tote! Werden da noch mehr Folgen? Wir stirften doch! Das spoilere ich jetzt nicht. Du musst wissen, Hobbits können nicht schwimmen. Lego? Überall Lego! Ja, wie geil er das findet, wenn er ihn am Abend. Wie früher, wie früher im Kindergarten. Da haben wir den alten Smeagol. Amon Hen, Level abgeschossen, freie Spiel freigeschaltet. Super, das ist schön.